Wir haben, glaube ich, genügend darüber philosophiert, wie warm es in der Bude, wenn das Kamerawand wird. Nein, Spaß, wir fangen an. Servus und willkommen bei MaxWorks, ich bin der Max und das ist meine heutige Anleitung. Da könnte übrigens Ihre Werbung stehen, die muss ich wegmachen. Die sponsern mich noch nicht. Ja, ich baue heute Berge, habe ich mir vorgenommen. Das wird so eine schöne Wandvorbau für das Kinderzimmer. Dann mache ich dann noch so eine LED-Leiste, so Schnickschnack, was Kinder heute so brauchen. Die Geschichte ist die, ich wollte eigentlich aus Fichte-Leimholz machen, bin ganz früh weg zum Baumarkt. Nein, ich wollte an der Kasse nicht nach meinem Aktienpaket der deutschen Holz- und Forstwirtschaft fragen. Deswegen MDF und wie der Mann hinter der Kamera vorhin festgestellt hat, ich bin ein Idiot, ich habe doppelt so viel gekauft, wie ich brauche, weil ich brauche ja nur die Berge. Ich hätte es einfach umdrehen können, hätte die gleiche Hälfte nochmal gehabt. Nein, ich habe viel verschnitt und den kleben wir wieder hinten drauf. Ich habe schon ein bisschen angefangen, weil ich es nicht erwarten konnte, deswegen habe ich mir schon ein bisschen vorgezeichnet. Das sind übrigens zwei Platten und da gibt es noch eine dritte zu, die hat nicht mehr auf den Tisch gepasst. Deswegen sehe ich mir jetzt erst die erste zu und dann mache ich mit der zweiten weiter, in der Hoffnung, dass meine Werkstatt dann ausreicht. Aber ich glaube, ich gehe jetzt erst mal in den Zuschnitt und die muss ich gut aufheben, die brauche ich noch. Merkt euch, wo das hängt. Ach ja, noch eine Frage, hätte das bei euch in die Werkstatt reingepasst? Das sind nur zum Vergleich, die hier hat 1,10 x 1,80 m, davon liegen zwei auf dem Tisch. Also bei mir wird es jetzt gerade eng, aber wenn der Tisch größer wird, wird die dritte noch reinpassen. Schreibt es mir mal unten in die Kommentare, ob das bei euch in die Werkstatt reingegangen wäre. Kone, du bist raus, ich weiß, bei dir ist das eher ein stehendes Projekt. Und weil ich so gut eingekauft habe, ist das der Verschnitt und das behalte ich. Andersrum wäre mir lieb. Naja, man lernt nicht aus, gell? Erster fertig. Jetzt kann ich endlich die dritte Platte in die Werkstatt holen. Oh Gott, das habe ich mir nur angetrunken. Oh Gott, das ist das. Tag 2 im Projekt. Heute bin ich wieder alleine. Klar, zu zweit ist es immer lustiger. Aber ich war gestern echt froh um die Hilfe von dem hinter der Kamera. Ich hätte diese Riesenplatten sonst auch nicht so durch die Gegend wuchten können. Heute mache ich mich da ran. Ich weiß gar nicht, ob man es sehen kann. Wahrscheinlich nicht. Ich habe da hinten jetzt so Leisten aufgeleimt, dass ich da noch einen Abstand reinkriege. Und zwar stelle ich mir das so vor oder habe es schon so gemacht. An den Stellen, wo ich Wand oder Boden oder das nächste Teil berühre, da lege ich sie plan an oder halt bündig an. Und da, wo nach oben oder ein Teil auch zur Seite geht, da mache ich sie mit einem Abstand von 4 cm, weil da klebe ich mir hier noch ein LED-Band auf. Also ich die Maschine hier, als ich die bekommen habe und da war ich mir noch nicht so ganz sicher, was kannst du damit überhaupt anfangen. Ich meine, das Sägeblatt gerade dick genug, um eine Brezel aufzuschneiden. maximale Tiefe 20 mm. Aber ich muss sagen, genau für das mit den Leisten finde ich die klasse. Sie ist klein und super leise. Und durch dieses dünne Sägeblatt nimmt sie extrem wenig Material weg. Also ich fand jetzt für dieses Leistenzuschneiden, fand ich die richtig geil aus. Die habe ich übrigens auch vorgestellt bei MyToolstore. Ich verlinke euch das Video da oben, wo ich die kleine Säge hier mal vorstelle. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Tada, ihr seht das gar nicht, das kriege ich gar nicht ganz auf die Kamera. Ja, wenn ich jetzt soweit, ja, eigentlich wäre ich jetzt fast fertig. Ich könnte jetzt eigentlich nur ein bisschen schleifen, die Kantenphasen und lackieren. Fertig, nein. Die letzten zwei Elemente muss ich über Ecke machen. Die Berge gehen halt ein bisschen an der Wande lang und der letzte Berg steht um die Ecke, damit das so schön eingefasst ist hier. Ich will das jetzt nicht stumpf auf stumpf, also nicht Stoß auf Stoß machen, sondern ich möchte dahinter schon oder davor schon eine Gehrung schneiden. Ich habe mir überlegt, weil ich natürlich nicht weiß, oder beziehungsweise ich weiß, dass die Wände hier sehr schief sein können in dem Haus. Und deswegen werde ich die Gehrung so schneiden, dass sie vorne passt. Ich brauche eine Skizze. Ich zeichne das jetzt, damit ihr auch was davon habt. Also angenommen, das ist meine Ecke, das ist meine Wandecke und ich würde jetzt natürlich, wenn ich eine richtige Gehrung mache, ich mache jetzt mal hier meine Plattenstärke so ungefähr, dann würde ich ja einfach nur hier einen Schnitt machen. 2 x 45 Grad. Dann muss ich ja davon ausgehen, dass meine Wand perfekt 90 Grad im Winkel steht. Gehe ich mal nicht von aus, deswegen werde ich den Winkel so schneiden. Der Punkt bleibt gleich, aber ich mache es so, dass nach hinten leicht aufgeht. Dadurch stoße ich vorne perfekt zusammen, aber ich kann hier hinten, gerade wenn da so eine Rundung drin ist in der Wand, die ja gerne mal drin ist durch irgendwelche Putzausgleiche etc., kann ich das ausgleichen, weil das Schöne ist, die Kante sehe ich. Von oben rein sehe ich später nicht mehr, da lege ich ein LED-Band dadurch. Also, das hat meine Lösung und das mache ich an den zwei Platten. Die Kamera steht auch schief. Das wird heute nichts mehr, muss Freitag sein.